Acu Karacha Acu Karacha ei 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 aju Karachi ei 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 Yani Bin tot Eurer guck Das war sonötig INFINIT POWER Ja Leute und Willkommen auf der bunte und ja auf dem police soweit ich es richtig gelesen habe ich suche gerade kisten und ich finde keine ist dann einfach keine kisten oder ist die eine kiste die kiste nein aber die es ist hier eine kiste ist auch keine kiste aber ich muss sagen ich kenne die map ist gerade nicht wirklich endlich hat schon mal gespielt aber noch kommt es vergessen ich habe sie nie gespielt solch ein bisschen rüstung bekommen und sonst habe ich nichts mehr okay ich habe ein besseres schwert bekommen perfekt perfekt so damit sagen gehen wir auch mal weiter da habe ich essen ja ich habe essen gut dann gehen wir mal zur nächsten insel mit meinen dudes aber denn wir was hier im vorigen und immer falsch gemacht habe ich habe nie mit meinen kollegen gespielt weil meine kollegen immer scheiße so der baut sich mal fleißig rüber und ich kontrolliere einfach während ist oder da kommen die schon da kommen die neu ist leistet gemacht habe ich mir mal rüber eine schmalt tot von den dudes bleiben noch zwei übrig von ihrem team wenn wir die noch irgendwie finden dann wäre das schon ziemlich nice aber ich gehe nirgends alleine denn ich habe wirklich schlechte kippe aber ich glaube alles sind oh nein sein team ist glaube ich komplett ja jetzt komplett weg okay dann bleibt nur noch unser team und noch ein weiteres team das weiße team oder warte nein wir sind team 1 es gibt noch team 2 sind noch zwei leute und bei team 7 lebt nur noch einer gut sollte wir hoffentlich irgendwie schaffen wir sind ja immer noch zu dritt die haben beide gutes equipment halbwegs gute segment sag mal so ich habe nur scheiße aber das ist ja nicht von belangen wir recken die so auch so gehen mal hier runter sind hier vielleicht welche schon mal anscheinend nicht sind wahrscheinlich auf der nächsten insel oder kämpfen die gerade ok ich habe bewusst bekommen protection 2 und hellen habe noch keine schuhe so gut dann will ich sagen wir gehen zur nächsten insel ich habe ein bisschen holz dann baue ich mich schon mal rüber oder wir bauen es in der mitte der auch ein ding ja er wollte ich schon rüber gut wo ist unsere andere typ er ist nicht oder nein er lebt noch oh oh der typ ist da oh fuck hat mich gekillt shit der typ sich einfach rtp nein damit war ich gar nicht gefasst da habe ich komplett überratend fahrgabe hat auch viel besser equipment gehabt ich habe ein paar mal drauf geschlagen habe nur zwei herzen abgezogen jetzt will ich wissen ob mein team das überlebt überlebt das mein team und sollten sie aber eigentlich denn es ist ja 2 gegen 1 oh ja sie haben ihn gekillt nice gut das war ein ständiger eine von team 2 ach scheiße bin wieder gestorben gut dann sehen wir uns in der nächsten runde so wird nächste runde hat angefangen wir sind auf der map keine ahnung was ich kenne jetzt doch nicht und hier haben wir mal eine kiste mit nur müll aber immerhin rüstung immerhin habe ich schon mal rüstung und habe ein paar blöcke wie scheiße ist das denn bitte weg mit dem ding so haben wir hier unten vielleicht noch irgendwas aber warte ich hole mir noch dir was für dir schwert so dir schwert ist am start wir haben eigentlich alles was ich brauche warte ich ziehe noch kurz die gute hose an und sonst habe ich eigentlich alles was ich brauche so knall ich mir das noch rein und schauen wir mal wo mein team mates sind der baut sich ganz nach oben alles klar es ist 2er ja es sind 2er teams fuck und ich habe so ein kack mate was macht der typ ach scheiße auf den gut ich muss alleine kämpfen denn wie es aussieht ist mein mate inkompetent aber das bin ich eigentlich gewohnt ok die 2 sind aber bis ich glaube schon dass die besser ausgerutschen als ich habe ich eine ich habe keine enderperle soll ich alleine auf die 2 losgehen wisst ihr was ich mache es einfach ich meine ich weiß dass ich verlieren werde aber egal nochmal diesen hier zack und und ja den einen habe ich oh fuck da war fast tot der hatte nur ein herz ich hätte fast ein ganzes team gekillt ok rückblickend war es eigentlich eine gute idee allein auf 2 zu gehen aber wenn man bedenkt dass ich es fast geschafft hätte ist es schon ziemlich nice so dann würde ich sagen wir machen einfach noch eine runde weil das wäre echt scheiße das wäre wie reale wir gehen runter nichts kissen kisten kiste 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 ich habe ein schwert dann kann ich eigentlich schon wieder weg gehen weil ich habe mir vielleicht noch ein bisschen die es gönnen für ein bisschen rüstung und zwar brauche ich genau vier tiers und ich habe glaube ich nur drei oder drei gibt es ja vielleicht noch irgendwo nein ich habe keine blöcke das ist mein problem ohne blöcke komme ich nicht weit aber meine mails haben ja was na gut dann mach ich über den bisschen mit so zack da kukaracha 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 ich bin tot das war so unnötig das war so richtig unnötig aber einfach so lustig da waren einfach so viele leute gefühlt 10 20 leute ok 20 übertrieben aber gefühlt zehn leute waren alle kämpfen gegeneinander okay das war vielleicht dumm aber ich muss da reinspringen also tnt kann aber ich musste einfach einspringen okay ich habe das inneres verlangen danach aber ich nehme noch eine runde auf also kein ding round vor es geht los meine freundschaft wieder auf dieser slime map oh hier ist viel gutes zeug drin oh hier ist viel zeug drin perfekt dann habe ich schon ein equipment und ein schwer dass ich brauche dann mache ich mir noch kurz und ich bin fertig eine hose krieg sich ja noch irgendwo hose please genau essen blöcke perfekt warte mal denken wir schon warum sind wir zu viert junge ich dachte mir schon warum ist da ein vierter fuck my life hat er mich erschrocken aber das gutes equipment gehabt oh shit 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 ja gut die greifen uns an die greifen uns an ich brauche kurz ja lava und wasser und fire resistance potion so perfekt erst schnell was essen okay greifen uns an die greifen uns an vorhandeln ihr auf Fark opportunities sind viele das sind ganz riesige kleinen dinge oh scheiße ich wär zu gefickt Fuck Mich nicht ab So, ganz kurz Wasser Planten, gut Da ist der Wichser So, du bist tot, Mauerfucker Nein, ich bin tot Scheiße, er hat ein halbes Herz Diese ganzen kleinen Dinger haben mich gefickt Diese ganzen kleinen Dinger Jungs, ihr seht, ich habe kein Skill Ich muss mehr üben Ich habe jetzt schon ein paar Kills gemacht Immerhin, die ganze Leute mal weg Oh, ah, ich wollte nicht So, auf jeden Fall, meine Freunde Ihr habt es gesehen, mein Skill ist nicht vorhanden Aber, es war trotzdem ganz lustig Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben Ihr könnt mir gerne ein paar Challenges In die Kommentare schreiben, die ich in Skywars machen kann Und vielleicht mache ich die ja Wir sehen uns dann das nächste Mal Bis dahin und tschüss Bis dahin und tschüss